Es gibt Mädchen in Kalifornien, es gibt Mädchen in Surinam, es gibt Mädchen in Bangkok und in Oslo, die Schützen gibt es in Vietnam, es war in vielen Städten dieser Welt, London, Wien und Barcelona, in Tokio und ein paar Mal in New York, die Schützen findet man nur an einem bestimmten Ort. Es gibt Mädchen in der Ukraine, es gibt Mädchen in Südjetnau, es gibt Mädchen in Hongkong und in Iman, die Schützen gibt es in Vietnam, die sprechen meistens Holländisch, das ist für mich nicht hinderlich, sie sind meistens ein Kopf größer als ich, das, das stört mich nicht, denn es gibt Mädchen in Schleswig-Holstein, es gibt Mädchen in Island, es gibt Mädchen in Meilern und in Zinney, die Schützen gibt es in der Ukraine, die Schützen gibt es in Amsterdam, in Amsterdam, es gibt sie in Amsterdam, hey, 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 in Amsterdam, in Amsterdam, es gibt sie in Amsterdam, hey, 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 hey. Die Schatten gibt es in Amsterdam, in Amsterdam eine Sch對對ende in Amsterdam, hey 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 I'm Saddam, hey, 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 Ams-Sedam! Hey, hey! Ams-Sedam! 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 Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Jäbben! Domo Ariadro! Domo! Domo! Simo, pinta! Vielen Dank.